Ja, und damit herzlich willkommen hier zurück bei One Piece Pirate Warriors 3 mit mir im Gorobein. Ich trinke ja mal kurz nochmal einen Schluck. So, und wie ihr seht, ich habe jetzt hier die Legende freigeschaltet bei Das Abenteuer beginnt und bei Buggy der Clown, so dass wir da jetzt die Bilder haben. Das ergibt später ein ganz großes, schickes Bild. Bin ich mal gespannt, ob das auch so cool aussieht, wie ich glaube. Aber erstmal geht es jetzt hier gegen die CP9. Ja gut, wir können natürlich nicht Dings auswählen. Nicht so, Geking. Ich würde gerne Nami nehmen, aber gegen die CP9 ist Nami halt wirklich oder Chopper. Sanji hatten wir gerade, vielleicht wird es denn doch ein Ruffy. Wird es denn Ruffy, Leute? Könnte auch ein Zorro-Run werden. Nehmen wir Ruffy? Nehmen wir Zorro? Wie nehmen wir dann? Komm, Leute, sag schnell. Ich finde Zorro geiler. Aber es ist Dings. Nehmen wir Ruffy. Ich habe im Übrigen auch viele geile Münzen gekriegt. Dadurch, dass ich das auf Dings habe. Oh, guck mal hier, wir können es los für Fähigkeiten nochmal erhöhen. Mit ein paar Frankie-Münzen. Jetzt brauchen wir Moria. Oh, wir haben sogar Moria und Bagus Münzen. Aber wir nehmen Ruffy. Auf geht's, ab geht's, Ruffy. Auch gerade, weil Ruffy halt sowohl gegen, ähm, Bruno als auch Luki kämpft. Du gewinnst, äh, du musst gewinnen. Ruffy. Ruffy. Rufi. 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 Das war's für mich. Du kannst mich nicht mehr aufhören. Was? Meine Waffe werden alle aufhören. Nein, Sekunde! Das war eine geile Sache, dass Ruffy das gekonnt hat. Oder kann. Mittlerweile ist er ja schon ein bisschen OP. Aber mit Gear 2 hat er sich das ganze richtig gut ausgeübt. Der Kampf gegen Bruno war natürlich schon ein bisschen geiler. Das war eine Galesine. Das war eine Galesine. Du bist sicher, dass du meinst nicht immer passiert. Der Kampf gegen den G9 solltest du gerne, und der Kraft für die G9 solltest du in die Macht. Ich weiß nicht mehr, dass ich jetzt meine Waffe schaffe, dass du Buster call kannst. Punkt, auf dem ich, was ich wette. Was ist das? Ich habe keine Ahnung, keine Ahnung mit uns, bei der Menschen in der Welt gebeten. Ich habe mich aus dem ganzen Körper erzählt. Ich habe eine große Herausforderung von Menschen gebeten, und habe nur noch ein Blister-Kore. Das Blister-Kore, hat es endlich ausgesprochen. Ich habe mich als Freunde mit dem Eigenverletzten gelungen gebeten. Das war's für mich. 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 Ich hoffe nicht, dass ich gerade auch schwer spiele. Aber wenn, ist es auch nicht so schlimm. Das spielen wir halt auch schwer. Das war's für mich. 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 Warte mal. Warte mal, sind das unsere? Nee, der Riese ist nicht von uns. Das war's für mich. 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 Es ist nicht so schlimm, war's für mich. Ich habe's sein. Du bist so schlimm. Du hast auf jeden Fall gemacht. Du hast eine Bedeutung von einem. Du kannst keine Nadel. Du kannst dich nicht machen. Du kannst die Wahrnehmung von einem weiterer Wahl. Wir werden die Wahrnehmung von einem. Du kannst keine Nadel. Du kannst keine Nadel. Du kannst meine Nadel. Schau dich gut. Schau dich an. Wenn du da bist, Robin-Chan wird sicher, Usopp! Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Okay, fuck, hier ist Jabura. Ich hab... Das Schlimme ist, Jabura ist ja der Zweit... Zweitbeste der CT9. Ne, warte mal, der Drittbeste, ne? War ja überrascht, dass Eki besser war als er. Okay, die nehmen wir mit. Tekai, da macht er... Komm schon, Jabura. Sanji sind jetzt Schwierigkeiten. Komm schon, Sanji. Ist die Frankie Family. Wir müssen also hier noch eine Basis eingehen. Sehr gut. Und dann müssen wir Jabura fänden. Komm, jetzt mach mit Jabura auch nochmal. Und treffen wir damit. Nice. Wo ist Jabura? Er hat den Sanji kämpft gegen ihn, okay. Sanji unzog. Nice, jetzt gegen Jabura. Ach ja, sein Bein brennt jetzt. Jabura ist ein Rückzug. Der Drin ist dann Eki, den müssen wir jetzt auch nochmal machen. Dann müssen wir Zorro kurz helfen bei Eki. Gleich wieder nach. Muss einmal zu Eki. Achso, das hier ist der Garten von Jabura und Dings. Achso, Eki. Die haben wir alle fertig gemacht, weiß. Scheiße, der dreht sich gleich. Eki war auch noch ein geiler Charakter. Jetzt haben wir Frankie drin. Fuck, das sollte er nicht machen. Jetzt legt er gleich das Ding durch. Dreck, man. Dieser Eki ist echt krass. Okay, die machen wir nochmal fertig hier mit einer Gewehr. Okay, die machen wir nochmal fertig hier mit einer Gewehr. Frank ist auch noch dabei. Nice. Und jetzt machen wir Eki fertig. Ach ja, macht der Kugel mal. Haben wir Eki fertig gemacht. Nice. So. Super. Auf zum Tote gerechtlich rein. Euch nehme ich nochmal mit. Lauf schon Ruffy. Warte mal, da war, da war das Tor. Warte mal, da war, da war das Tor. Hat er den Wasserkauschel gerufen? Nimm den Schlüssel von CP9 und folge Luki. Ah, das ist jetzt der Spieler. Das müssen wir ja schon fast ein Minuten das Ding. Das müssen wir ja schon fast ein Minuten das Ding. Territorum ist eingenommen, nice. Franky ist am Start. Am Stissen. Schade, dass Eule und Kalifa und Wieser nach Komadori nicht da sind. Die werden auch noch witzig. Los geht's, Raffi. Oder wer ist hier? Ach, das ist Luki. Na, dann machen wir nochmal Luki, ne? Oh, der Kater! Wo ist der Kater? Das ist der Kater. Auch einer der besten Kämpfe, die so in Wompies, glaube ich, gab. Für mich auf jeden Fall. Raffi gegen Luki. Raffi gegen Luki. Ok, so einen scheiß Drecksrankick. Fuck, er ist schon weg. Er hat Rasu eingesetzt. Was zu essen? Was zu essen? Was zu essen? Wo ist das, Luki? Reck, Ruffy. Oh, Mist. Dass man immer von den Dingen getroffen wird. Achso, Luki hat sich jetzt mittlerweile gedinst. Dann nehmen wir ihn nochmal so mit. Luki hat ja eine andere Form von Gerechtigkeit. Ah, jetzt den Mist reinkick, ey. Jetzt nehmen wir den nochmal mit. So, das ist ein Eisenschild. Was willst du damit machen, Luki? Das ist eine Beleidung. Luki... Was ist das? Achso. Ist das der Kilo? Das ist eine Ohrmessie. Man hat euch unser wunderschönes Gesicht. Mist, dieses scheiß Impact, oder hier diesen Finger bis so cool gemacht. Den nehmen wir nochmal mit hier. Komm schon, Ruffy. Komm schon, Loki kann nichts. Okay, Leute, wir sind alle da. Ich will das gleich mit einer Special beenden. Und zwar eigentlich jetzt gleich. Jetzt eigentlich hoffen wir, dass das genug ist. Das war leider nicht genug. Müssen wir leider so wissen. Oh! Oh! Jettel. 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 Jaaaah! Wir sind nicht so gut. Wir können... gut machen. Einige zurück, Reina! Robin! Das Tor muss doch aufgehen, jetzt. Überlass Robin mir. Deshalb mach das Tor auf. Ich kam doch hier nicht lang. Doch jetzt. Nice, jetzt geht's los. Hier ums Eck stehen ein paar. Achja, das sind ja Marinekommandanten jetzt, weil der Bastard voll ausgewiesst wird. Naja, das ist los. Und ich nehme mich auch noch mit. Das ist hier, wo Zorro sein Schwert verliert. So, wir müssen hier lang. Schnell zu sparen, damn. Missup muss jetzt hier gleich sein Dings schicken. Seinen Stern, den er da macht. Das ist das Grund, dass er einen Angriff ist, als die Basis 9. Die Basis ist angenommen. Robin! Bongo fertig. So, die haben wir gerettet. Das kann ich nochmal hier. Oh, der Geist. Gut, das ist wieder angenommen. Oh, ha. Oh, ha. Oh, ha. Oh, ha. Oh, ha. Ich glaube nicht. Ach du heiliger, hier ist jetzt Buster-Qual-Time, Leute. Können wir uns erstmal hier nochmal anklicken. Ich weiß nicht, ob ich nur hier bin. Ich weiß nicht, ob ich nur hier bin. Auf jeden Fall kommen wir an. Robin ist drin, nice. Eigentlich müsste Subi-King auch nochmal reinkommen und Lami eigentlich auch. Ich weiß gar nicht, wo Lami und Chopper sind. Die haben ja gegen Habifah und Komaduri gekämpft. Außerdem ist es gar nicht so thematisiert worden, dass Chopper hier ganz irgisch Robifahs auseinandergenommen hat. Ich glaube nicht, dass ich ein Schicksal war. Ich bin fast ein Schicksal. Ich bin fast ein Schicksal. Ich bin fast ein Schicksal. Fränky hat den Koulevent eingesetzt. Ich bin fast ein Schicksal. 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 Ist gar nicht genau. Es ist alles so ein Schicksal. Ich muss viel zu meinem Freund ziehen. Fluchtversuch von... Sogeking steht kurz vor dem Rückzug. Das ist eine geile Scheiße. Sogeking überlebt. So, jetzt da drüben. Franky in Schwierigkeiten nach, du heiliger... Du heiliger Kotner, Shadow. Sonst sind noch ein paar Kommandanten. Ja, dann geht's los, Leute. Auf geht's. Sanktou-Ryu! Die Gegend ist es nicht. Geh' los! Siehend für den Beruhi-Kanon! Wer ist hier denn von unseren Kumpeln? Also, Sanji. Haben wir noch mal ein bisschen Sonheit gegeben. Du bist in ein guter Ort. Wer ist hier denn von unseren Kumpeln? Also, Sanji. Das ist Buster-Call-Time. Hier kann man... Kann man ruhig mal... Franky ist hier. Die Rücke des Zögerts... Ah, dass sie mich einfach umgenockt haben. Sogeking Franky und Robin sind hier, okay. Da kommt Soron Sanji. Lauft, Leute! Und die ganze Franky-Familie ist dabei. Rücke des Zögerns. Sieg! Fluchtort wurde erreicht. Ach so, die Merry kommt ja noch. Wer ist das? 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 Ich schaufe den Lauf. Wer ist das? Merkst du den Lauf. Auf der Flucht! Auf der Flucht! Auf der Flucht! Ich werde ihn auf der Flucht! Auf der Flucht! Das war's für heute. Umiye! 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 Mary Gordy! Geh! Mary! Ich bin hier. Sie sind der Eis. Sie sind nicht so viele. Sie sind wirklich für die Weltkrieg. Sie sind wirklich für die Weltkrieg. Was ist das? Was ist das? Sie sind wirklich für die Weltkrieg. Sie sind die Weltkrieg. Sie sind die Weltkrieg. Sie sind nicht so viele. Umiye! Sie sind einfach das! Sie sind alles unter anderem. Sie sind ein Freund, ganz genauer. Sie sind immer noch das. Sie sind auch dabei. Sie haben eine ganze Menge an. Sie sind alle noch eine Katlein. Sie sind auch da. Oh, das Lied. Oh, das Lied, das Lied. Oh, 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 das Lied.